Hi, hier ist Joey Kelly und ich freue mich auf das Wettkampf, was momentan läuft, das 24 Stunden Fernsehgarten Mountain Mike Rennen hier in Mainz in den Studios live zwischen zwei Fernsehgarns am Pfingsten. Und wir fahren momentan im Zweierteam, das Victory Team. Und ich glaube, wir liegen ganz gut in der Zeit, aber wir haben natürlich die Nacht vor uns, die hart wird. Und morgen Mittag, hoffentlich sind wir gut am Ziel, unverletzt und hoffentlich auch eine schöne Platzierung.